Das einzige Gesetz worum es geht, die andere Ordnung der Antigone, die Macht die sich über die Körper hermacht, um die kontinuierliche Veränderung der Formtypen Gestaltexperimentierung zu bewerkstelligen. Keine Spielerin, Großpaar, eine Schauspielerin. So ist das. Sie ist eine Jüdin und weiß nicht einmal, was eine Spielerin ist. Sich wandeln heißt sich erneuern. Du bist eine schöne Frau geworden. Aber Großpaar...